Oh man, diese ganzen geilen Kritiker, die nichts über mich wissen, rein gar nichts, weder wie ich aufgewachsen bin, noch was ich in den letzten 10, 15 Jahren so getrieben habe, ja, sie wissen einfach nichts. Ihr wisst nichts über mich, ja rein gar nichts, aber ihr labert, als hättet ihr mich studiert, Mann, seid totale leise, ihr habt nichts kapiert, nichts kapiert, ihr werdet immer noch geistig umnachtet, immer noch brennt kein Licht, immer noch, finde ich, dass es lächerlich ist, was ihr abzieht, aber gut, wenn man davon abzieht, dass ihr selber nichts taucht, ja, dann weiß ich auch, warum ihr euch so etwas erlaubt, um von euch ja zu lenken, um mit dem Finger auf mich zu zeigen, ist es ein leicht, anstelle was zu bewegen, ist es leichter, mich runter zu quatschen, aber hat er lasst die Faxen, irgendwann rächt es sich, denn ich bin irgendwann da, und dann wird es richtig gefährlich für dich, denn mal ehrlich, wer lässt sich sowas schon gefallen, ja, bald komme ich unter Kneifes, ihr seid das Letzte, was ich im Leben brauche, ihr seid das Letzte, denn wegen euch bin ich doch nur so geworden, ja, wegen euch gibt es für mich bald kein Morgen mehr, danke, bitte sehr, danke, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr. Wer meint, dass er das tun muss, der soll es halt machen, aber ich finde es einfach zum Lachen. Ihr bekommt selber nichts gebacken und zeigt trotzdem mit dem Finger auf mich, ich bin halt, ich, und ich kann damit umgehen, ich hab damit kein Problem, ihr seid das gegeben, denn ihr könnt mich sehen, die Zustande kam, ja, ihr wisst zwar selber, dass das Leben kein Erbarmen kennt, aber ihr seid geistig so beschränkt, mit Gefühl ist euch fremd, wahrscheinlich für die eigene Silber habt ihr keins, aber meins bekommt ihr auch nicht, denn ich brauche mich und meine Mutter, wie viel mir leid, wenn ich für mich so geworden, wie es werden sollte. Deshalb hatte ich immer noch ihre Beute, wie damals schon, mit 5, 6 Jahren, aber was hat sich bis jetzt getan? Nichts, die Welt wird immer schlechter, immer mieser, immer mehr als Nählen entstehen, weil die Welt sich um die falschen Dinge dreht. Ja, mach euch euer Geld und euer Nuxus, ja, geh die Bessermarsch, wobei, ist das klar, denn der ganze Scheiß hat nicht zu dir gemacht, was ich heute bin. Ein beschränkter Mensch, der mit viel zu leben, ja, das habt ihr daraus gemacht, ist euch das nicht klar, aber ihr labert und tut alles so, als wüsstet ihr von nichts. als wärt ihr nicht daran beteiligt, seid ihr arfer, deswegen lasst noch euer beschissenes Gelaber. Aber, aber, aber will ich auch nicht hören, denn es ist wie es ist, ihr beschissenen Dörren, ja, ich könnt beschwören, dass ihr auch dabei wart. Tja, ich könnt beschwören, ihr wart mit dabei, aber ihr labert, als hättet ihr alles nur vom Hören sagen. Ich will euch...